nun bete ist einer der größten physiker des letzten jahrhunderts er war ein deutscher der in die usa ausgewandert ist und er war die person die als erster verstanden hat wie die sonne funktioniert hat dafür auch den nobelpreis bekommen weswegen wir seinen namen gewählt haben für das bete zentrum noch für das forum ist dass er auf einer sehr breiten in sehr breiten arbeitsgebiet arbeitet von der kondensierten materie über die astrophysik zur teilchenphysik und es ist gerade diese breite die wir hier auch in diesem bete forum und im bete zentrum anstreben die gerade dann auch im sinne der arbeit und des werkes von herrn bete liegt was